Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder, diesmal mit einem Spezialgast sage ich jetzt mal, nur der ist nicht im Teamspeak oder nicht Skype oder so, der spielt so mit, er ist der Staffelführer jetzt gerade, hat nicht so starke Flugzeuge wie ich, ist aber nicht schlimm, ja, ich habe jetzt mal die auch ausprobiert, also die Flieger reingetan zum Ausprobieren natürlich, boah, sieht schon schick aus, muss ich sagen, ne, das, okay, sieht schick aus, ja sieht wirklich schick aus, das Flugzeug äh, ich gehe wieder auf die Basen, so wie eben, ich weiß jetzt gerade nicht, was die Bombenlasten sind, 250, ja, sechsmal, das ist in Ordnung, völlig in Ordnung er hat eine Speedfire kann sich zeigen lassen ich denke mal, er gibt mir gute Deckung so, ich weiß gerade nicht, was das für Geschütze sind äh hören sich auf jeden Fall nicht so stark an, wie die normalen, äh Wikes-Geschütze, die ich so von den Briten kenne heißen diese Wikes? doch müssten Wikes heißen so, dann wollen wir den Bombendrop mal wieder loslassen hier Seriendrop! pfff! erst mal Motor ausmachen ich wollte U drücken zum anschauen ich werde gejagt, was soll das? ist aber nicht in Ordnung hier boah ich dachte, er gibt mir Deckung, was war das denn? ne, ich kann ja sogar selber schießen, das ist ja nice egal, ich habe ihn aber gut angehnte, wenn man mal so guckt bf 109 die Friedrich, die 1, hoffe ich die Friedrich 1, die ist, ja ne, die 4er, okay die ist schon ein bisschen stärker ja, guck, da kommt er, jetzt aber, mach ihn äh, das ist übrigens sein Name äh, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe mir hat jemand ein Intro gemacht das ist derjenige auch, äh, Zockerdude oder, Dude heißt der auf, ähm, YouTube in YouTube ja ja habe ich das auch gesagt? ja, ja, ja ich weiß, ich sage zu oft ja ist in Ordnung so mein Flugzeug ist hart am Arsch weil mein unterer Bordschütze schon tot ist das ist nicht so toll also ich habe selber auch Bewaffnung mit der ich schießen kann allerdings ist das nur ein so ein kleines Fuzi-Geschütz naja trotzdem gefällt mir das Cockpit die haben noch keine Armbewegung und, äh, Lenkbewegung eingebaut bei den Bombern aber ich finde es gut dass die mittlerweile Bombenansicht haben also Cockpitansicht die Bomber so ab dafür ich habe schon die ganze Zeit die Klappen auf Kampf brauche ich gar nicht zack oh oh ich höre im Flugzeug aua ich habe Schräglage wo ist der? aua äh nein, 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 nein das geht aber gar nicht klar hier da fliegen Teile von mir ich kann nicht mehr hochziehen oder wie sieht das aus? muss ich die Landeklappen dafür nutzen zum Hochfliegen ok ich glaube jetzt kann ich das vergessen ah eine Spitfire hat mich weggeschossen egal die Briten haben davon ja noch eine Version gebaut ich weiß dafür die haben 1.7 und, äh ich habe eigentlich die falschen Flugzeuge dafür eingestellt aber ehrlich gesagt bis jetzt ja Allah alles klar ähm bis jetzt waren die gar nicht so schlecht auf dem Rand ok ich wurde dafür auch nicht angegriffen so wirklich aber ich habe mich gut gegen den einen eben verteidigt deswegen also Verteidigung kann man machen was ist denn da los wie die in die Luft schießen ja ok kann man machen also wenn man gut mit dem Bordschütze verteidigen kann dann würde ich sagen kann der Flieger sich sehen lassen weil so Twin Geschütze Twin Gunner Twin Gun oder wie man sie nennt äh die sind dafür ganz gut geeignet und dann oben und unten hat er solche Geschütze hä ich habe Standbild ich habe was ist los ok ja wo war ich die mit denen kann man gut was machen aber man hat gesehen die verziehen auch sehr stark dann ist vorne auch noch so ein Geschütz aber nur eine davon aber gut ist halt so da fliegt ein Bluf fort ich könnte mir die theoretisch holen ach ja ich habe auch wieder ein Geschütz ich könnte natürlich meinen Schützen dann machen lassen oh ich weiß ich bin kein Sturzkampfbombe aber muss auch mal sein im Prinzip könnte ich mir den holen ja ich versuche das mal ich versuche das mal weil der ist gerade ein bisschen ich glaube der trudelt jetzt was ist los Bordschütze du sollst schießen er schreibt komme dabei greife ich den Feind an hä ach ich habe ganz vergessen der vordere Bordschütze der schießt ja so nach unten die Gun kann den also gar nicht treffen ja okay jetzt macht das auch Sinn warum ich selber auch schießen kann ja trotzdem jetzt könnte mein Bordschütze eigentlich den anschießen aber tut er auch nicht ich werde gejagt ne den Jäger okay ist vielleicht doch nicht so schlecht dass er jetzt hier ist aber wo ist der Schade nicht getroffen eine Jäger 2 oh er wird gejagt er wird gejagt das ist nicht gut das ist gar nicht gut oh schafft er die Gun lol ich habe dann gerade versucht mit den Bomben vielleicht durch den Radius anzuhitten weil das ist das das Gute ähm man kriegt keinen Bombenschaden lol das war früher so dass man Bombenschaden bekommen hat aber heute ist das nicht mehr so die haben das ausgemacht in Arcade Schlachten ist ja auch vielleicht ein bisschen logisch weil Arcade ist ja nicht so realistisch oh den hat es auch zerlegt naja oh da kommt der nächste zack das sind sauber zerlegt okay wie sieht's so aus so schlecht bin ich nicht dafür dass ich hab gut die Flieger angeht bis jetzt die feindlichen Jäger wie sieht's aus oh ne Junkers ne Junkers ach die ist auch Geschichte da schießt jemand an die Wand na gut mein Motor ist ein bisschen am Rauchen aber im Großen und Ganzen ist das noch in Ordnung mein Flieger sieht nicht so beschädigt aus ne völlig in Ordnung noch ne ich werde meine Bomben auf die Basis werfen und dann mit meinen Bordgeschützen könnte ich jetzt eigentlich eben machen komm schauen ist doch nur so ein Kack LKW na bitte ein Transport LKW 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 Lastkraftwagen aber die LKWs die machen mich jetzt auch sagen sie fanden sie nicht gut dass ich die abgeschossen hab oh da kommt ein Feind oh das ist ne Flack so ein Typhoon hier kann böse werden oh nice das ist schlecht da hab ich ein bisschen übertrieben ich hätte vielleicht noch ein bisschen warten sollen oh mein unteres Geschütz funktioniert noch lol der Ruski hat mich gerettet sieht jetzt gar nicht mehr gut aus bei mir mein oberer Bordschütz ist tot das ist schlecht so dann wollen wir mal dass der auch wenn man den Knopf gedrückt hält immer auf die Bombenkamera schaltet alter so ein Penner rammt er mich erstmal er wundert sich vielleicht warum ich so ein Flugzeug dabei hab weil es ist ja ein 1.7er und das heißt gegen Doppeldecker sollte der eher kommen also in solche Match runden da ist ein Bomben äh ein Panzer ist das schwer den sollte ich vielleicht zerbomben ist vor allem der einzige Panzer da der rumfährt meine Geschütze sind äh bei dem zu schwach das wird nicht klappen das ist ein das sah aus wie ein M4 Sherman das sah aus wie ein M4 Sherman das ist schlecht das ist ganz schlecht ah ne Fock Wolf da muss man immer aufpassen ich mach noch ne Bomberrunde äh aber ich sollte auch vielleicht die Munition dafür ausführen der Feind siegt gegen Angriff jetzt ja haben wir kapiert machen wir alles easy so ähm wo ist er ich seh den gar nicht eben hab ich den noch gesehen den Zocker Dude da unten ist er oh mitten im Gefecht macht er ah ich glaub der meint den Panzer gestürtigt äh hier zack damit sie Bescheid wissen braucht sich keiner um diesen einzelnen Panzer da zu kümmern B36 fliegt da hinten er kann da hinten okay fliegt vielleicht mal so ich sollte vielleicht auch mal abbremsen ist auch nicht so verkehrt ah die war glaub ich zu früh geworfen ja die war zu früh kacke oh nein ach nö der macht mich doch jetzt ich hab Stammbild was soll denn das oh ich hab's gehört oh nein der wird mich doch fertig machen ich seh's schon wieder kommen ja das war's wir brauchen nämlich nur einen Schuss das reicht schon ja ja oh hoch der Feindkreis unsere Basis an sofort die Verteidigung verstärken ich hab' ich hab' ich hab' leider kein Bomber mehr ich kann die Bodenziele nicht anreifen also doch ich hätte noch einen Bomber aber ja ist eine Gefahr da da greife ich jetzt lieber mehrere Flieger an ne die BF so einen Deutschen oder die Spitfire die Fockwolf die ist vielleicht die könnte gefährlich werden bei der BF weiß ich nicht ah bei der BF wusste ich nicht ob's die Emil ist oder die Friedrich Version da gibt's zwei Versionen die Friedrich die haut schon eher rein wie eben die 4 die F4 Friedrich oder die E 1 3 oder 4 gibt's dann da das sind die Emil Reihen wurden über der Schlachtung England eingesetzt über den Ärmelkanal oh wie dem auch sei Bombenlasten erforscht find ich gut na zack wow ja okay stehe ich kurz davor halt kann man auch machen naja aber hab ich mit dem so viel mehr gemacht 4 mal 500 das lässt sich doch schon eher sehen hier okay ja wenn euch diese Folge gefallen hat lasst ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder wieder tschüss